Also, versuchen wir mal unser Bestes. Was ihr wollt, rasch, so sei es! Lasst uns anfangen! Wird gemacht! Hey, die Schmerzen können wir... oh. Da hinquetschen, gut. Ich höre das Spiel. Doch, weg mit dir. Nicht half zur Ehre. Sprecht, wie ihr wünscht. Es ist mir eine Ehre. So, in unserem ersten Eislager. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Können wir Zeug erforschen? Holz, Lenya, Nahrung, ja. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Was steht uns in die Hände, Männer? So, dann brauchen wir von dir ja noch die Eisenmine, dass wir schneller an Eisen kommen. Das Bauwerk ist vollendet. Was ist euer Begehr? Zum Ruhme Ahrens! Oh, es kommt tatsächlich mal wieder einer. Elend empfange meine Seele! Sprecht! Elend schenkt! Schnell wie ein Pfeil! Das Bauwerk ist vollendet! Elend schenkt! Schnell wie ein Pfeil! Was ist euer Begehr? Ich eile! Ich eile! Wie ihr wünscht! Einmal habe ich jetzt nicht gerechnet. Au! Angriff! Mein Burgen für die Rune! Das war jetzt wirklich mal ein groß angelegter Angriff auf uns. Zur Stelle! Es ist mir eine Ehre! Zeit auf der Hut! Mein Burgen für die Rune! Seid auf der Hut! Mein Burgen für die Rune! Okay, wir haben Heiler für hier oben. Was soll ich tun? Los, Schwestern! Jetzt bauen wir noch Heiler für hier unten. Das Bauwerk ist vollendet. Das ist wieder nur ein Minutaurus. Das war ein Minutaurus. Das ist nicht weit. Was wollte ich mit euch jetzt? Ach ja, noch Eisenlager auf jeden Fall. Und zwei Schulen der Alpen. Naja, hier passt es leider nicht rein. Daneben hier. Eisenlager. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Und ihr könnt... Risch ans Werk. Lasst uns anfangen. Das wird ein Meisterwerk. Schweinezüchter. Ein hochziehen. Eine meiner leichtesten Wollbungen. Risch ans Werk. Elend schnell wie ein Pfeil. In Windeseile. Wohin soll ich gehen? Rasch wie der Wind. So, jetzt brauchen wir mehr Nahrung. So wäre ich wahrscheinlich doch irgendwo einen Meisterjäger errichten müssen. Vielleicht hier unten eher. Was ist ein Pfeil? Das ist ein Pfeil. Wohin soll ich auch auf. Das ist ein Pfeil. Einer hat mir in. 777 Narben kamen wir gerade. Also ja, die haben auch hier ziemlich gut abgeholzt, die normalen Arbeiter. Ich werde aber die 5 dann wahrscheinlich zu Linea-Sammlern machen und die 5 Holzfällerinnen hier dann zu Jägern. Ja, da kommen wieder Minutauren. Eigentlich, wenn man es so sieht, ist man fast schon hier total auf die Elfen angewiesen. Hey cool, die eine Schule der Alten passt auf jeden Fall hier hin. Einfach weil die Zwerge keine Defense haben. Okay. 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 So. Trolle. Tote Trolle. Und Nahrung zum Upgrade. Da können wir uns jetzt Wanderinnen machen. Und ja, ich werde das zweite Linea-Lage bald brauchen. Was ist denn Wanderinnen-Linie? Nein, Holz und Eisen. Die kosten nur Eisen. Ach, das ist gut. Was soll ich tun? Die sehen übrigens ziemlich cool gepanzert aus, die Wanderin. Das Bauwerk ist vollendet. Die sind auch ein bisschen besser ausgerüstet als unsere, ja? Als unsere Schützen. Ich höre. Oh. Der nächste Angriff. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Das war nicht ganz so nützlich, aber jedes Upgrade, was wir haben, ist gut. Äh, wo willst denn du hin? Na gut, die Minotaurern scheinen eh schon ziemlich Bescheid über uns zu wissen. Also irgendwann sollten wir da zum Angriff gegen die übergehen. Indem wir hier oben unsere Armee stärken. Befehl! Vorwärts, Schwestern! Nochmal hier die Beastmen loswerden. Feinde! Zu den Bögen! Mein Burgen für die Rune! Mein Burgen für die Rune! Mein Burgen für die Rune! Rasch wie der Wind! Ich werde auch schon mal den rufen. Das Bauwerk ist vollendet! Oh, guckt euch das mal an! Da drüben laufen noch mehr Minotaurern mit Knübbeln rum. Waren drauf, von uns gefrühstückt zu werden. So, ihr sammelt jetzt Linia. Linia Sammler. Das ist nicht weit! Ihr begebt euch erstmal dahin, wo das Linia gesammelt werden soll. Und ja, sie haben tatsächlich hier oben auch schon ein Stück abgeholzt. Oh, die zaubern sich jetzt Eisschilde. Zur Stelle! Aber ja... Meine heilige Pflicht! Also, wir haben uns gut ausgebreitet mit unseren beiden Städten. Hier unten unsere kleine Zwergenkolonie. Die uns mit jeder Menge Eisen versorgt. Da oben unsere Elfenkolonie, die komplett groß ist. Ja, Zerstörer mit ihrer Ramme, aber bringt uns nicht viel. Nahkämpfer mit Mondsilberrüstung und zwei einhängende Mondsilberecks. Das wäre cooler, aber wie gesagt, kein Mondsilber. Bei blind bin ich noch nicht, so blind bin ich noch nicht geworden, dass ich hier das Mondsilber übersehen würde. Nee. Ich gehe! Ich gehe! Wo kommt da der Uruk-Champion auf einmal her? Untertitelung!